So, hier ist eine Vorstellung von der LED-Lampe mit einem Signalricht mit diversen Leuchtoptionen Sparex ECR10. So sieht es aus. Es hat unten noch einen Schalter angebracht und wir können die Lampe ein- und ausschalten. Dann ist unten ebenfalls ein starker Magnet vorhanden zur Befestigung. Wir können oben das Glas aufschrauben und dann können jeweils diverse Leuchtvarianten auswählen. Hier über den Schalter. Jetzt ein wenig in einer schnelleren Frequenz. Der Blitzmodus. Oder dann auch das ringsumleicht. Konstantleicht. Und hier auch wieder der Blitzmodus jeweils ca. 5 mal aufblinken. Hier so im Sekundentakt. So sieht das aus. Dann muss ich hier wieder aufschrauben. Dann ist die Lampe einsatzbereit. Zu der Aufladung haben wir hier zwei Optionen. Einer Sitz via 12V-Ladekabel hier im Fahrzeug. Oder dann auch direkt eine Steckdose. Hier zwei Poly-Stecker, wo wir die Lampe direkt nachladen können. So sieht das aus. Hier das Modell. Weitere Angaben findet ihr auch im Onlineshop unter www.muelleraltor.ch Besten Dank fürs Zuschauen. Hier noch kurz einen Blick auf die technischen Angaben zu diesem Modell. Jetzt freue ich mich auf eure Nachrichten, eure Kommentare. Oder natürlich auch auf eure Bestellung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.